Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, mein Name ist Kamal Afso und ich sitze wieder in einem M3 Competition gegen einen, der sofort da ist. Ein Audi e8 V10 Plus. Das ist schon ein sehr, sehr gewagtes Duell, muss ich sagen. Wir haben gerade uns noch mal unterhalten, dass der M3 Competition ja so 510 PS hat. Wir sind der Meinung oder glauben auch, dass er wahrscheinlich so 550, vielleicht sogar 560 PS hat. Einfach aus dem Grund, weil er Torborten die nach oben streuen. Und ja, gegen den E8 Quattro bin ich mal sehr, sehr gespannt, ist sehr gewagt. Aber wir machen das einfach mal und gucken, was so passiert. Und ja, irgendwie werden wir da schon schaukeln. Ist halt so. Aber man kriegt schon von dem Sound Angst. B cicatration B cicatration So, bevor das Rennen losgeht, möchten wir euch unseren Online-Shop vorstellen, Details Exterieur, sämtliche Carbon-Teile für sämtliche Autos, Felgen und Reifen findet ihr auf unserem Shop Details Exterieur. Besucht uns auf unseren Online-Shop und viel Spaß bei dem Video. So, ich bin bereit. Ich habe wieder zu früh gestartet. Schauen wir nochmal rein, was genau passiert ist. Wir starten jetzt, allerdings gehe ich kurz vorm Gas. Und dann ist es unmöglich, da hinter dem R heranzukommen. Warum genau ich so reagiert habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Allerdings ist das Rennen dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist und da hatte der M3 gar keine Chance mehr. Was war los? Ich habe auf ihn geachtet und dachte, okay, geht jetzt runter, da hat es ein bisschen gedauert, dann war ich zu früh. Mach mal du, Elko, mach mal du. So, zweites Mal. Was ist denn los? Okay. Ich bin bereit. Drei, zwei, drei. Gehen wir auch hier nochmal rein, was genau passiert ist. Beide starten relativ gut. Hier bei 1 allerdings sieht man dann doch, dass der E8 bzw. dass der M3 absolut keine Chance hat gegen den E8. Hier ist der Amstrad nicht so groß, trotzdem geht das Rennen an dem E8. Das war nichts, absolut nicht. Das war nichts, absolut nicht. So, Rolly 50. Ich denke mal, mit einem Mal muss das gesagt sein. Ob von Ihnen oder von mir. Ja, fangen Sie an? Ja, genau. So, gehen wir auch hier nochmal rein, was genau passiert ist. Rolly 50. Beide versuchen die 50 zu halten. So ungefähr auf der gleichen Höhe. Jetzt kommt die Hütchen, jetzt gehe ich aufs Gas. Jetzt passend zum Gas der E8 ein bisschen verpennt. Allerdings, diesdestotrotz, es ist etwas spannender, aber gar keine Chance gegen den E8. Was für eine Maschine, Alter. Keine Chance, alter, dieser V10 Sound. Warum baut man diesen Wagen nicht mehr, Audi? Da hat M3 wohl heute seinen Meister gefunden, leider. Alter. Wir waren erst gut mit, vielleicht lag es auch daran, dass wir ein bisschen besser gestartet sind als er. Aber dann kam dieses Monster einfach wieder, dass es echt aussieht wie ein Batmobil. Ja. Das war's von mir, Leute. Mein Name ist Kamal Abse. Lasst uns einen Kommentar da. Daumen hoch. Erzählt uns, wie ihr, oder schreibt uns in den Kommentaren, wie ihr die Videos oder uns findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020